Ich finde Physik eigentlich eine sehr schöne Wissenschaft, weil sie so elementar ist. Also ich finde das ganze Feeling hier gut, man kann verschiedene Projekte sich angucken und man lernt auch viele Sachen. Ich finde einfach die Möglichkeit, dass man seine Ideen einfach auf so einem Niveau auch präsentieren kann und auch einfach die Anregungen, die man dadurch kriegt, dass man hier so wahnsinnig vielfältige Projekte immer sieht. Das ist sehr interessant. Ich finde es faszinierend, wie viele kleine Kinder auch hier sind und eben zu sehen, wie viel Ahnung die schon haben. Also ich habe vorhin zum Beispiel einen Stand gesehen im Chemiebereich, die sich mit Elfklarstoff auseinandergesetzt haben und das finde ich faszinierend, dass die das schon können. ... ... ...